Ich wohnte in einem Studentenheim, da gab es eine Türe, die einen Rezeptionisten hatte und an diesem Eingang saß jemand, der, das wusste ich aber nicht, eine Mitgliedschaft in der Paradise Garage hatte und er nahm mich mit eines Abends in einen Laden, der von außen gar nicht erkennlich war als Club. Man musste eine Rampe hinauf und sich anstellen und dann hat er für mich gezahlt, weil ich konnte als Nicht-Mitglied sonst gar nicht rein und dann war ich hier in der Paradise Garage und das war wohl der erste Kontakt mit dieser Musik. Und das war eigentlich nicht ganz einfach, die beiden Felder zusammenzubringen. Also mein Interesse an der Clubkultur in New York in der Zeit und mein akademischer Werdegang als Musikethnologe in Sachen Popularmusik generell. Musik Before you'd be in a club, a certain song would come on, one song, everybody get in a circle, somebody's doing their thing, two people doing their thing, and then everybody goes back to dancing. Everybody goes back to dancing. Now there's a small circle and there's a badass big circle and nobody's really dancing. That's a big problem now because you have all these battles, Just Debo, Funkin Styles, Street Star, Check Something, Check This, Dance Camps and everybody wants to be a dancer. All the styles now, there's all these styles. It's not just, yo, this guy's getting down, oh, this dude is nice, yo, she's real, she's badass. No, it's like, that's a voguer, that's a whacker. And then they have songs for voguing, songs for whacking. So it's all, the dynamic has changed drastically. My thing is everybody says, oh, you inspire me. So that's perfect. Inspiration goes a long way. You give somebody something to go for, to imitate. You look at this and you say, yeah, I'm going to do that. But you don't exactly do that, you do what's in between that and that becomes the person. Just like I'm imitating a whole bunch of people from way before my time. So I'm the imitation of that. So it just, it's a cell. It just contacts and grows and grows and becomes different things. Like I said, I'm in state. And you're a Lars. I love, arms and Phase Ho. I love this. I love this. Untertitelung des ZDF, 2020